Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu, ähm, achso, ja, bei Let's Play Left 4 Left 2 mit dem Shadowhunter, ähm, ein Kumpel, den ich persönlich kenne und, ja, ich lasse ihn schnell zur Kenntnis setzen, dass wir gestartet haben. Wir spielen weiter bei der Brücke, er spielt Alice, ich Nick, und, ja, es hat eben schon ein paar Probleme gegeben gehabt, deswegen hoffe ich doch, dass es diesmal funktioniert. Ja, was gibt's zu sagen während der Ladezeit? Ladezeiten sind lang. Ja. Du, 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 ich wie der Nick, er, Alice, der Shadowhunter, und, like the place in the hood, sag ich mal, übrigens noch, schöne Grüße, ne? Nehmen an einem Samstag auf, an einem Samstag, an dem mein Geburtstag ist, wohlgemerkt, und, ja, kommt eh am Sonntag, also von daher, no problemo, würde ich schon meinen. Und, ja, man, mach hin mit Laden, alter, ich schwör. Äh. Schubdi-du, di, dududududu. Ich fuhre gerade an meinem Radierer rum. Lala. Dupdi-du. Dupdi-du, du, 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 ah. Ja, ja, okay. Ich muss mal ganz kurz tonlaut leider stelle So was gibt es hier zu erzählen zombies im überfluss Und ich laufe einfach mal hier unten Er läuft mit der Axt rum wie ich sehe Nacken Waffen sind sowieso OP also Aber sowieso eher eigentlich die letztere Wahl möchte ich meinen Ich hatte übrigens schon mal das Glück dass gleich hier ein Tank kam Aber hier ist ein Hunter Pumpgun hell yeah Ja du kannst es ruhig aufhören zu lachen Den habe ich gekillt So was haben wir hier Kumpel Molli Und Granatwerfer den ich nicht nehme Der ist mir Bisschen zu gefährlich hier Oh fuck Zack So Mit der Shotgun muss man wenigstens nicht so eine hohe Präzision haben Mehr Mollis Klapp mal schnell Pistil nach Zack 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 Ach der lebt noch Reladen Laser Visiere Yay bringt mir mit Schrotflinte so viel Entschuldigung Entschuldigung Tut mich sorry Guck mich nicht so an Was Ein Jockey sitzt auf Coach Ja das haben wir schon lange festgestellt dass die auf den reiten Das bewegt euren Arsch Jetzt bewegt euren Arsch hierher Okay hier ist irgendwo eine Witch Alter was machst du denn da Kumpel Hä Was sollen das Macht man doch nicht Okay da geht es nicht lang Da geht es auch nicht lang Da geht es lang Oder da vorne Ich gehe hier lang Hier ist nix Auf mich zu stalken Schnauze Magnum So Hier die Brandmonie Schnauze Oh fuck Oh fuck Zombies Nein Was macht man mir die da unten Lauf 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 Shit alter die laufen schon alle vor Ist hier oben noch Muni oder sowas Neu Pump Oh Gott Jetzt habe ich die Flammen Muni nicht Scheiße Alter Hust 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 Reloading So That's how you do it Ouch Also nicht So Man wie Wie schreibe ich denn andere Nachrichten mit T Oder mit R Oder mit F G Mit Z Das habe ich Ich Tank Tank Ufff Burned with fire! Kann niemand sagen, dass ich dich auf meine Kumpels achte? So, hier haben wir eine noch bessere Schrachtflinte, sehr schön, was haben wir hier, oh er hat das Katana genommen, du Sack, ja ich hab's kapiert. Und das ist, wie du es machst, wie du es machst. Haha, Daumen hoch, ich hab mein Avatar geändert, wie man sieht. 1900 ey, wer's glaubt? Wer's glaubt, Junge? Wer's glaubt? Gut, der hat Molly gewonnen. Nein, hast du nicht, jetzt fängt er noch an zu schieben, ja siehst du, nur 79 bei der Witch, ne? Ja, ja, 13 Nahkampf, okay, ich mach ja auch keinen Nahkampf, außer wenn ich Katana hab. Ja, so ist das, okay, was haben wir hier Wohne, ne, 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 ne So Ok, Neachlan Ich beginne, libre man Okay, los geht's, Gone Frieden, zack, halt die Fresse, du auch, huch, Nachlan, ich bin Gordon Frieden, in den Tattoo-Land gibt's immer noch ein paar Sachen, Multikill, Masterkill, Master of Disaster, boah, Raj, Ich hab mein Medi vergessen, oder zumindest nicht mitnehmen können, guck mal, die ist tot, noch eine Brechstange, du brennst, Ach, hier geht's auch lang, und ich lauf immer außen rum, bin ich schlau, So, ach nö, und ich schmier' natürlich voll runter. Ja, ist gut, boah, das war ein bisschen knapp. Ich muss mal schauen, wie ich die anderen hinbekriege, B, N, V, äh, Q, nein, das auch nicht, X, ja, X. Hö? Bist eine neue Sprot, hast du mitgenommen, ja, nein, hoch, So, was haben wir hier? Double Pistol Action. Ohoho. 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 Ohohoho. Ohohoho. Ach, das war er. Ich erschrecke mich ja noch von meinen Verbündeten. Ohohoho. Ohoho. Scheater. Au, ah, 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 ah. Au. Ich lebe noch. Noch. Nimm den, nimm den. Was schießt du denn da drauf? Äh, Sniper. Ah, das ist gut. Ich greif mir kurz. Ohoho. Ist hier irgendwas? Nein, natürlich nicht. Was haben wir hier? Haha, genau. Nein. Boah, scheiß auf Genauigkeit. Ah. Witch, wo? Wo ist die verdammte Witch? Was war das doch bei mir? Ohohoho. Wechseln. Wir gelungen. Wir gelungen. Wir gelungen. Wir gelungen. Ohoho. Boah. Wo, 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 wo? Was, wo? Puken her Hast du mitgenommen? Ja, hat er mitgenommen. Gut. Oh, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Alter, nee. Kann doch nicht angehen. Du darfst nicht immer so schnell vorrennen. Das ist ein großer Fehler. Nachkampfwaffe? Nein, ich bleibe bei der Piste. Double Pistole. Naja, wer braucht das? Warten wir auf sie. Runter, runter, los. Ist 5 Dollar wert. Was machst du denn da? Du bist doch nicht schneller als ich. Wer zuerst springt, ist doof. Ja, dann springen. Oh, Mann. Ich will mal dran springen. Dann springt der von runter. Das ist extrem gut. Oh. Der war aber knapp. Oh, blalalalalala. Aufs Malen? Du, 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 du. Ah, so geht das. Ich will 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 das. Ja, nimm. Ja, genau. Oh. Du hast das gecheckt. Das ist ja sehr schön. Gratulation an dich. Du kriegst eine 1 plus in Aufmerksamkeit. Du, 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 du. Was? Oh. Uuh. Ihh. Voll in die Kacke. Tipp, 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 tipp. Tschick, tipp. Schuss nehmen! Boah, la, 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 la. Wo willst du denn hin? Ja, wo willst du denn hin? tschu 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 nur chuck norris oder duke nukem kann mit schrothflinten snipern ja und ich muhahaha es ist wirklich schlau tschüss oder nee da war ein boomer sehr schön Komm schon Boah, dreht man sich einmal um Ich sitze hier gerade ein bisschen in der Kacke Oh, Pin Da liegt ein Darm in der Luft Scheiß auf die anderen Mann, hier ist doch gleich der Safe Room Ja, was laufen die da rein? Hallo? So geht das Ah, Katana Ja, ja Ich heile mich, ne? Ich hoffe, ob da nichts zu gehen Boah, komm schon Glück gehabt Ja, nö Was, so wenig Ja, läuft doch immer vor Sack 1545 Ich schreibe Ihnen gleich mal, dass wir erst sammeln und dann einfüllen Das ist nämlich so der beliebte Fehler von manchen Leuten, dass die alles sofort einfüllen wollen Aber dann kann passieren, dass ganz schnell die Tanks kommen Komm Unendlich Drei, vier Je nachdem Keine Ahnung Okay, schreib mal Erst sammeln, dann Auffüllen Kann ich auch So Yeah Zum Glück überhaupt nicht nervig Ich hab mal rüber zum Aufzug Fülle ihn mit deinen Tränen ey, so ein Wichser Zuruf einer Munde zu verballern Auch wenn unten neue liegt So I, 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 I Wee Das 16 Stück, ey Ja, scheiße, ey Was läuft der alleine Hab ich mich erschreckt Kumpel, du läufst alleine Fällt dir das nicht auf Nein Tötet ihn Das läuft schon sehr gut Wie man sieht Boah Scheiß drauf Ein damit Acker Scheiße Scheiße Danke Danke! Dass du mich unterbrechen musstest. Meins... Ja, wo lauf ihr denn hin? Mann! Na gut, im Moment geht's. Ich wette, der Hunter hat mich gleich. Nein, Tank! Screw you, Tank! Was denn da hinten? Hm. Oh, tatsächlich. Wow! Ich habe es. Ich habe es. Werte, Werte! 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 Ich halte euch den Rücken frei, Werte. Und auch nicht. Werte! 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 Sorry, dass das Durchschuss ist. Verdammt. Es ist doch eine schöne Runde. Oh ja, klar. Ich komme, ich komme, keine Panik. Oh, fuck. Bloß nicht auf die verdammten Tanks schießen. Fuck. Ah, screw das, ey. Oh. So. Tank schreit. Oh, fuck. Kamikaze. Kamikaze. Noch einer. Das ist nicht das Ende. Es ist noch nicht vorbei. Scheiße, ich muss mich auch... Nein, noch nicht. Jetzt habe ich ihn weggeworfen. Alter, jetzt führt das doch... Verdammt, fünf Stück noch. Guck mal, hier ist Bill. Guck mal, das ist ein Jockey. Schließt doch, du Schlampe. Weißt du... Da mehr wird. Hier sind noch welche. Ups. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Okay, da ist nix mehr. Drei Stück. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Egal, ich nehm den hier noch mit. Motherfucking Tank! Nein! Oh, oh, oh! We shot it! We shot it! We got it! Another one in, another one in. Just three more. I got it. Just five. Why does anything have enough cannon? There's enough cannon. One more cannon. One more cannon. One more cannon. Muni, waddafwane. Ich muss sagen, dein Gameplay gefällt mir. Du rushst nur sehr schnell. Ne, wenn du das hörst, ja. Gutes Gameplay, aber ein bisschen langsamer, ja. Ich rushe zwar auch sehr gerne, aber im Let's Play ist das nicht so wirklich. I got it! Much ha ha! Nice Game! Guck mal, da fliegt ein Sniper. Jetzt nicht mehr. die die zwischen überlebende coach rochelle shadowhunter und like de place spielt seit 27 minuten todesfälle keine außer gerechtlich einmal und store unter drei mal verbrauchte voran zeug ich 3 schmerzmittel habe ich mehr verbraucht adrenalinschüsse er keiner defi benutzt er hat eine rohbombe vier mollis benutzt ich habe einen mit galle benutzt er hat 45 nahkampfskills gemacht ich 14 er hat fünf hunter getötet ich ein wir haben beide zwei hat boomer drei smoker zwei also drei smoker er ich zwei ich habe drei boomer drei charger vier jockeys da ist bitter es läuft ein bisschen schnell er hat mehr infiziert als ich getötet dafür hat er am meisten schaden erlitten und hat ich habe dafür am meisten verbündeten getroffen und meine präzision ist für den arsch 899 zombies waren bei dieser filmproduktion verletzt das gedacht so und ich würde mal sagen verabschieden uns von dieser kampagne ich sage noch mal ein schatten soll tschüss sagen dann mal tschüss jo wir sehen uns dann in den next kampagne wieder welche da wäre dunkler karneval und ich würde sagen wir sehen uns dann nächsten sonntag wieder bis bald und einen schönen tag noch ciao